Ein absoluter Klassiker, wo die User-Awareness nachlässt, im Alltag ist das Thema Phishing. Man ist es gewohnt, mit Geschäftspartnern und auch Kollegen sich auszutauschen per E-Mail. Und da passiert es eben dann relativ schnell, dass man auf den Phishing-Link klickt oder sich irgendwie einen Anhang runterlädt, der dann eben manipuliert ist durch den Angreifer und durch den dann irgendwelche Schäden entstehen. Also, dass man sich zum Beispiel auf einer Plattform einloggt, die genauso aussieht wie die, die man kennt, also zum Beispiel Microsoft 365, dass man sich da dann anmeldet und aber ein Angreifer eben in der Mitte sitzt und mit zuhört, weil der den Link manipuliert hat, auf den man draufklickt. Das passiert sehr, sehr schnell, wenn man viel mit E-Mail hantiert und eben E-Mail grundsätzlich als vertrauenswürdiges Kommunikationsmittel wahrnimmt, dass man sich da dann eben nicht über die möglichen Konsequenzen bewusst ist. Das ist ein ganz klassisches Problem und deswegen gibt es eben auch Phishing-Awareness-Kampagnen und E-Learning-Module, mit denen man da regelmäßig quasi auffrischen kann bei Usern, dass die da ein gewisses Awareness-Level haben. Das sieht im Endeffekt so aus. Man bekommt als User regelmäßig Phishing-Mails, also alle User und wenn man die eben nicht erkennt und da dann auf den Link draufklickt oder irgendwie einen Anhang öffnet, wird das in der Statistik getrackt und man bekommt eben direkt das Feedback, okay, das war eine Phishing-E-Mail, das war nicht gut, da drauf zu klicken und so und so hätte man das erkennen können. Und dann sieht das Unternehmen, die IT, sieht dann regelmäßig Reports und kann dann die Verbesserung der Maßnahmen mitverfolgen über diese Reports und dann kann man eben das Ganze noch begleiten mit E-Learning-Modulen, wo die Mitarbeiter dann eben Schulungen machen und da dann nochmal ganz gezielt darauf hingewiesen wird, was für Gefahren es gibt, was für unterschiedliche Arten von Phishing es gibt. Es gibt ja nicht nur Anhänger oder irgendwelche Links, sondern auch die klassischen CEO-Frauds, also dass sich jemand als Geschäftsführung ausgibt und sagt, hey, kannst du mal bitte ganz schnell 50.000 Euro hierhin überweisen und es gibt es halt wirklich bis hin zu 10 Millionen oder sogar 25 Millionen Dollar umgerechnet, was ich da an Schadensfällen von gehört habe, die durch sowas entstehen oder eben manipulierte Rechnungen, die dann geschickt werden, wo die IBAN ausgetauscht wurde und der Rest legitim ist. Also lauter solche Nuancen unterschiedlicher Arten von Phishing, die eben alle irgendwie den Zweck haben, um am Ende das Ganze zu kapitalisieren. Und wenn man sich das nicht bewusst ist und nicht weiß, was für Gefahren da entstehen und das muss eben immer wieder aufgefrischt werden, damit man das auch wirklich im Kopf behält, dann kann das eben ganz, ganz schnell passieren, dass man da auf sowas reinfällt.